So, dann geht's mit dem nächsten Stream hier zu Watch Dogs 2. Mal gucken, wie weit wir heute kommen, ob wir es heute durchkriegen. Hallo Wallinchen. Äh, ne, das ist, also, wahrscheinlich war es einfach der Ladebildschirm. Ähm, der hat sich halt da immer wiederholt, von daher. Ja, jetzt sollte es eigentlich ankommen. Es läuft irgendwie immer noch nicht, warte mal, ich geh mal grad auf Fenstermodus, ähm, ob das besser geht. Es läuft immer, also, ich glaub, die, es sieht halt in der Vorschau schlimmer aus, als, äh, als es nachher in der Aufnahme ist, aber irgendwie will das nicht so ganz. So, mal gucken, ob das besser läuft. Ja, genau, das kann, kann sein. Okay, es ist aber immer noch so, also, zumindest OBS ruckelt halt unglaublich. Okay, gut. Dann stellen wir es wieder zurück. Ich mein, in der Aufnahme sieht es wenigstens einigermaßen anständig aus. Ich frag mich echt, warum es da so einige Sachen sind, die dann, äh... Multimon, ich kann's über zwei Monitore strecken. Ja, ich glaub, das wird aber nix. Dann wird das randlose Vollbild. Und dann muss das halt... ...passen. So, ähm... Hier ist ja auch noch irgendwie was zu mitnehmen. Hatte ich das nicht schon gemacht beim letzten Mal? Okay. Hm. Ich mein, hier war ich aber letztes Mal oben gewesen, wenn mich hier alles täuscht. Könnten wir eigentlich gerade hier die Sammelsache noch mitnehmen. Irgendwas explodiert hier. Ach, stimmt, ich musste ja über die Dings... Hm, hier war eine Treppe hinten. Dass wir hochkommen. Oder halt irgendwas in der Richtung. Hier sind die Treppen, ja. Vielleicht einfach mal der Beschilderung folgen. Na, ihr? So, aber ja, wie gesagt, mal gucken, wie lange wir heute machen. Bin zumindest etwas fitter als beim letzten Mal. Und heute ist es ja auch... ...imindest kein 7-Stunden-Stream geplant. Noch höher. Na, willst du mich fesseln, Großer? Komm, fessel mich. Ich verspreche dir, wir werden viel Spaß miteinander haben. Uh, cool. Hm. Ein Schokoriegel, oder was meinst du? Hallo Kepu, willkommen. Hm, wie kommen wir denn jetzt da rüber? Wahrscheinlich auch nur mit einem... ...mit so einem Hubwaren. Ach, da wäre sogar einer. Praktisch. Okay. Dann testen wir das doch mal. Das könnte auch sein, ja. Aber ich glaube, hier ist es... Also, 4 Stunden werden wir auf jeden Fall brauchen. Ähm... Ein bisschen was haben wir ja auf jeden Fall noch zu tun. Und ich denke, morgen werde ich den Tag noch brauchen, um... ...jetzt vorzuproduzieren. Ich habe jetzt zumindest mal die... ...schon mal zwei der drei Projekte bis zum... ...27. und 28. Jetzt fehlt noch das Rollenspielprojekt und... ...also der Nachfolger zu... ...Kingdom Come Deliverance. Den ich jetzt gestartet habe. Könnt ihr euch da auch mal noch überraschen lassen, was das wird. Ich bin mal gespannt, wie das so ankommt. Und, ähm... ...da muss ich halt jetzt morgen noch eine Runde ranklotzen. Aber das sollte passen. Und Freitag geht es dann irgendwann in die Heimat. Bin ich auch mal gespannt, was das wird. Meine Schwester war ja Wochenende gerade kurz da. Die habe ich dann auch seit Januar mal wieder gesehen. War auch schön. Ich möchte hier parken, das ist mein Problem. Ja. Ich möchte hier von zwei. Ja. 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 Ja, ich weiß mal. Ja. So, dann fahren wir grad hoch. Hm, ja. Ach, kommt ihr dann mit bei eurer Tour? Ach so, das wird's aber zumindest mal reichen, darüber zu fahren. Stimmt, auch unglaublich sicher, wenn das ausgefahren ist, damit durch die Gegend zu kurven. Aber ey, was willst du machen? Jawohl, wir kommen hoch, cool. Hm. Hm. Das ist super. Wir haben gerade ein Keil zwischen Blumen und das FBI getrieben. Das FBI muss das Volk im Glauben lassen, dass es für seine Interessen arbeitet. Wenn die zu eng mit Duschan verbandelt sind, trifft jeder Treffer gegen ihn, auch sie. Und sie wissen, dass wir ihn weiter angreifen. Meinst du, das FBI hält sich jetzt zurück? Vorerst. Davon gehe ich aus. Ja, bei meinem Vater ist es Geburtstagsgeschenk dann im August, dass wir nach Hamburg fahren. Nachdem das andere jetzt leider alles erstmal weg war. Und sich erledigt hatte. Da gibt es sogar noch was zum mitnehmen. Okay. Haben wir dann überlegt, dass wir dann nach Hamburg zu meiner Schwester fahren. Die für ein paar Tage besuchen. Ja. Der kennt Version. Ja, ja, mach einfach, soll mir egal sein. Ihr meint es aber auch ganz gut, ne? Alle Einheiten 1031. Fahndungsmeldung für einen entflohenen Straftäter. CTOS hat die Koordinaten des Verdächtigen. Gehen Sie extrem vorsichtig vor. Das ist nicht meine Drohne. Zentrale, wir haben einen anonymen Tipp zu einem möglichen Verdächtigen. Bitte melden. Ah, so springst du rüber. Okay, cool. So, hallo Tyrell. Ja. Unten ist es die ungeschnittene Version. Direkt ausgeklinkt. Ja, mach du mal. Ihr soll's egal sein. Ich krieg ja trotzdem Punkte. Ja, sehr schön. Aber hat sich dann die Empfehlung gelohnt. Macht's Spaß. Ich hab ja bei Steve ab und zu mal gesehen, was da von Errungenschaften mit abgeht. Von daher, ja, super. Das freut mich. Ja, ich hab halt auch, ähm, ich hab ja jetzt von den, von den Wolfenstadtteilen den 2009er und den, ähm, jetzt den aktuellen Youngblood hab ich halt an Cut gespielt. Und für mich gibt es halt noch mal einen wesentlichen Bonus an Authentizität drüber. Dass halt eben die Hakenkreuze da sind, dass halt wirklich von Nazis und nicht von irgendwelchen Wölfen und Regimen geredet wird. Hat eine Menge Spaß gemacht. So, dann schauen wir mal. Also Hauptoperation wird das. Es ist halt jetzt halt echt sonst nicht mehr allzu viel. Blumen legen und Auge um Auge. Machen wir doch hier mal direkt weit. Ach, das ist sogar um die Ecke. Interessanterweise. Tüte mit Geld. Da müssen wir jetzt nochmal runter. Ja, genau, das, das hat mich auch so ein bisschen, also ich hab's halt hauptsächlich wegen der Achievements gemacht. Ähm, aber, da wirst du halt dann auch mal gezwungen andere Waffen zu nehmen, da hast du recht. Naja, ist ja, ich mein, Köln hat ja so viele Einwohner, wie es war dann zusammen. Und daher. Klein, aber fein, sag ich da nur. Klein, aber fein. Schön rübergeglitten. Schön rübergeglitten. Ist ja bei Twitter gepostet. Glückwunsch. Hatte ich glaube ich auch damals mal gespielt. Ja, das, das auch, das. Aber kannst du ja sonst auch. Je nachdem wo du unterwegs bist. Ähm. Schön eingeparkt, würde ich sagen. 70 Mark? Hm. Naja, früher hast du halt dann auch für ein Spiel, das waren 100 bis 120 Mark bezahlt. Also, die AAA. Und, ähm. Ja, wenn du halt dann auch mal überlegst, so von wegen, ähm. Ein Adventure. Selfie Tentacle spiele ich mittlerweile auch in drei Stunden durch, weil ich halt weiß, was zu tun ist. Und das hat damals auch 120, 130 Mark gekostet. Brauchst aber im ersten Mal ein bisschen länger, weil du dann tüfteln musst. Ich hab das Handy, aber von Horatio keine Spur. Da muss irgendwas sein. Keine Spur, aber eine Überwachungskamera. Okay, ja. Ich zapf die Kamera an. Drehen wir den Timecode zurück und sehen, was passiert ist. Da ist er. Wer zur Hölle ist der Typ? Verschwinde da, Horatio. Ja! Scheiße! Wehr dich, Mann! Ich glaub das nicht. Scheiße! Verdammt, die kidnappen ihn! Wir müssen herausfinden, wer die sind. Los, Gesichtserkennung, Josh! Fuck! Das ist ziemlich deutlich. Luis Trevino. Er ist ein Mitglied der Teskers Gang. Die Teskers? Oh, scheiße! Wir müssen wissen, wo Trevino ist. Hab seine Nummer! Die GPS-Daten konzentrieren sich auf ein Gebäude. Ist auf deiner Karte! Hey, da ist jemand richtig nützlich! Mhm. Na gut, dann schauen wir mal, wie das mit dem Orten funktioniert. Wagen? Wagen? Hey! Mein Wagen ist weg. Ja, mein Vater hat ja damals dieses D-Sat gehabt. Auch in den jeweils verschiedenen Variationen. Das waren ja auch dann... Also Deutschland-Sat irgendwie mit... 13 CDs, 7 CDs, irgendwas und den Dreh. Ich glaub das war auch nicht so günstig. Aber ja, ich mein, damals hast du es halt noch nicht im Internet gehabt. Echt? Ach, das wär teurer gewesen. Muss mal gucken. Kann ich dann am Freitag mal nachschauen. Müsst ihr eigentlich noch im Schrank stehen haben. So, na wie geh ich mich mal mit dir hin? Es kann sein, ja. Ich habe auch ehrlich gesagt, also ich habe damals aber auch nicht drauf geachtet War so zum angucken mal ganz schön Und ich glaube bei uns im Dorf weil es halt eben so klein war gab es dann das Material auch nur in schwarz-weiß und schlecht aufgelöst So die größeren Städte da war es dann zumindest mal in Farbe und da konntest du einigermaßen auf die Straße runter zoomen Ja genau Aber halt dann eben nur in den großen Städten Hauen wir hier mal das Scout DX noch mit Wenn wir schon mal da sind Dann können wir nachher weiterfahren Ups Der ist mir vor das Auto gelaufen Ja ja Fahr ja schon Kann wir mal einfach noch ein Foto machen Direkt gehen einem dann die Polizisten auf die Nerven Na gut Starten wir noch mal neu Das ist mal von einem Motorradunfall sterben könnte Unrealistischer Spiel Richtig unrealistisch Immerhin das Missionsziel noch erfüllt Sehr schön So dann knopfen wir doch hier mal gerade an Oh Ray Schoman ich bin's Halt euch Oh hey ruft den Notarzt Josh Ruft den Notarzt Halt euch Halt euch Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Er ist unterwegs Halt euch Er ist tot Leute Sitaro Dress ist wirklich tot Oh mein Gott Markus Hau sofort da ab Fuck 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 Halt Moment Moment Du bist schlau oder Ja Ich bin schlau Nicht schlau genug um zu entkommen Den ganzen Quatsch Den ihr offenbar wisst Den verrätst du uns Ich verrate dich einen Scheiß Fick dich Fick dich Fick dich Mann Verschwinde da Markus Du musst da weg Noch nicht Okay das kam jetzt echt unerwartet Ich will diese Arschlöcher schnappen Ungewöhnliche Telefonaktivitäten Jede Menge Fast nebenan Stimmt ich wollte die Waffen noch wechseln Mh Mh Operation Tüte mit Geld Ja, aber es ist halt dann doch wohl nicht diese Ja, diese unbesiegbare Crew Die zwar ihre Probleme hat Und meine Schwierigkeiten gerät Aber irgendwie kommt es am Schluss raus Hm Interessant Hätte ich tatsächlich nicht mitbekommen Dass da einer von denen drauf geht Ich glaube beim ersten Teil sind ja auch alle durchgekommen Mehr oder weniger So, okay, das hier könnt ihr ruhig sterben Ich glaube euch können wir dann doch mal Gewissenlos Äh, ohne schlechtes Gewissen ausschalten Einiges mitzunehmen Hier könnten wir hin, wenn wir mit dem Laster hinfahren Bzw. rein, wenn wir mit dem Laster hinfahren Kommst du mal weg Zack Schnell geschniegt So, einfach jetzt einen der Wagen nehmen Und dann gemütlich einsteigen Also tollen Wendekreis Aber das sollte passen Naja, genau Das wäre halt auch eine Idee Corona-Version Corona-DLC Okay So Dann ballern wir erstmal euch weg Und lassen euch ein bisschen wegballern Hm Und der Rätöne hier glaube ich echt laut rein Oh, du kriegst doch nicht was ballert Cool Ich glaube so Klappt das mit dem Erwürgen nicht Aber wenn du meinst Versteigerung rufen So So Erstmal ja alles was wir haben auf Dings schalten Dass wir schon mal möglichst viel ausschalten können Können wir die Hunde hacken Hm, die Hunde kommen her Ach man Ich hätte gerne meine schallgedämpften Sachen echt wieder So Lassen wir dich nochmal ausschalten Und derzeit können wir hier mal ein bisschen weiter schauen Okay Okay, nehmen wir das mal mit Na, ich glaube nicht Hab so viel wieder hier schon mitgenommen wird mittlerweile Seht nach Wenn ihr einen Pendejo seht Kümmert euch drum Lass hören Du musst verrückt sein Nicht mit uns anzeigen Magazin leer So Du kommst hier hoch tatsächlich Na, dann kannst du gleich mal Spaß mit meinem MGA Das hat nichts vor und der einfach Kommt alles rein Kokain Glücksspiel Erpressung Gras Noch mehr Kokain Na Ja Super Finde raus Wer sich Horatio geschnappt hat Dann na los Finde die in Bewegung Ja, genau Die 580 sind ja auf meinem Jungs mehr oder weniger Steck was in Brand, Mann Yeah, ich fackel das Gras ab Ist gleich hier Die verwenden ein illegales Pestizid Ist in großen Mengen extrem entzündlich Ich leute einfach das Pestizid in die Bewässerungsanlage Überschwende das Gras damit Und zünd es an Kann ich hier mit irgendwas anfangen? Gut, wir müssen hier runter Schalten wir mal das noch an Was irgendwie geht Und los geht die Show Gut, das sollte ihre Aufmerksamkeit erregen Jetzt hau ab Wir checken die Daten und ermitteln das nächste Ziel So, was bist du für eine? Ja, fast Hätte ja fast geklappt Wir sind so unauffällig Aber das ist glaube ich erst mal Dass es mit dem Wagen Verstecken funktioniert hat Mehr oder weniger Ich bin dabei Dann bin ich jetzt gerade noch so erwischt, ne? Fuck Fast wären wir hier ohne Probleme rausgekommen Oh ne, hat gereicht, wie es aussieht Coole Sache Ne, wir haben doch noch ein wenig Stress hinten Jetzt wissen die Pisser, dass wir sie jagen Jetzt will ich ihnen richtig wehtun Wir sind dabei Die verschiffen gerade eine Riesenladung Kokain Ist auf der Karte markiert Vernichte das Koks Das wird den Teskers wehtun Alles klar Sollten wir ihn kriegen, denke ich Ich meine, brauche ich eh keinen Menschen So Ähm Und Gerade einmal in die Karte, bitte Dann fahren wir da mal gemütlich hin Ihr fahrt mir aber auch nur hinterher, oder wie? Nur, wenn ihr meint Ha Eben Oder halt E-Mail Je nachdem Je nachdem, wie aktuell du aufgestellt bist So Okay, das kommt Ne, ich will kein Online Dings haben Ich möchte hier Aufträge, bitte Danke So Dann sind wir angekommen Na ihr Ich muss da mal hoch Scheiß auf den Typen Ah, Mist Hey Was zu sehen? Schön, dich zu sehen, Retro Du weißt, die ganze Deathsack-Community steht hinter dir Alle mochten Horatio Das wüsste er sicher zu schätzen Was ist denn hier los? Hab mich in die Kamera gehackt und ein paar Stunden zurückgespult Man sieht, wie die Tezcars Kisten auf das Boot laden Da sind eine Menge Typen mit Knarren Wäre auch sonst so einfach Danke für die Warnung Viel Glück, Retro Ja, das kriegen wir hin Oh, da hinten Hm Du bist ja mit dem Schlüssel, ne? Ne, ihr seid einfach nur feindlich Wie weit ist es denn von hier bis zum Hauptquartier? Da sind wir auch mit der Wege dran vorbeigefahren Ich fahr da echt nochmal zurück Gucken wir meine Waffen Also meine Schallgedämpfte Finde ich doch etwas angenehmer Auto jetzt schon wieder weg Na, da holen wir so ein Lieferwagen Halt Rauche deinen Truck Dankeschön Und jetzt verzieh dich bitte Hast du gerade eine Alternative zu Koks gefunden, Wollinchen? Ich fand das ein bisschen Ich bin ja schon wieder zurück Okay, du scheinst hier mehr oder weniger noch Können wir uns da hochschleichen? Oder das zumindest mal versuchen Achso, die Alternative zum, ja Okay, dann machen wir das hier mal alles ein wenig unsicherer für euch Bist du bist ein bisschen am Torkeln, ne? Gute Nacht Da oben ist dann der Typ Ups Will mich denn hier sehen? Ah, der wahrscheinlich Wie soll, wir gehen hier mal gerade außen rum Hey, hey, Buto Wir haben ein Arschloch 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 Erledigt ihn Becheck die Ware Die Sonne scheint mir aus dem Arsch Noch einer? Oh, die Granaten war gar nicht mal schlecht Ich stehe mal nichts mehr Noch dran? Noch dran? Wir müssen diesen Kerl erledigen, Essay Und wo kommst du? Was ist los? Alarm wegen eines möglichen Kriminellen in ihrer Nähe Over Ich auch Haben wir es gemeinsam Okay, das war jetzt kein sehr guter Platz, um stehen zu bleiben Morgen 26 Grad in Köln Sieh meine an Ja, da muss ich aber dreimal dran denken Bevor ich die nächste Mission mache Dass ich mir meine Schallgänfte Knarre hole Ähm, das dürfte er sogar deutlich vereinfachen So, der Vorteil ist, wir haben jetzt schon mal einige hier ausgeschaltet Bzw. markiert Was zum Wir haben einen Einrichtung Holt euch den Trotter Erledigt ihn Und jetzt ist die Ware Möchtest du vielleicht mal bitte eine Waffe benutzen Es ist wieder die Sache, dass er jetzt nicht das macht, was ich eingebe Na, mal gucken Shotgun wäre vielleicht auch noch was Ihr sprengt das ja schon selber Ich muss da keines mehr machen Hey, du lebst ja noch Das war's Ja Das war's Ach, Kollege Markus, du hältst zu viel Äh, zu wenig aus Und die Steuerung ist einfach viel zu ungenau Dass man mal anständig mitschießen kann Ah, ärgerlich Ja, wahrscheinlich aufgrund der Größe Das hier Das alles dann, äh, ansammelt Von der Wärme Da unten hat man noch Kokain Aber ich fand Dextro glaube ich damals immer ganz gut Wir werden sauer sein Willst du vielleicht mal hier in meine Ecke kommen Dass ich dich ausschalten kann Ich glaube, das war gerade so, oder? Genau, komm runter Ausschalten Schön hier bleiben Wäre nur blöd, wenn sie von der anderen Seite kommen Sammelt euch doch da mal Sammelt euch doch da mal Ich hatte, glaube ich, irgendwann mal nach, nach einer relativ exzessiven Alkoholnacht Äh, so unglaublich Sodbrennen, dass ich mir erstmal ewig viele, äh, Traubenzucker Eingepfeffert habe Dann ging's einigermaßen Ne, Schluckauf hatte ich, genau Schluckauf und Sodbrennen Und dagegen hat zumindest dann der Traubenzucker einigermaßen geholfen So, du hast den Schlüssel für unten Das ist schon mal nicht schlecht Ne, genau, das war der, war, äh, Schluckauf, nicht Sodbrennen Das war der, war, äh, Schluckauf Hm Jetzt die Frage, wie kommen wir da, ist er am besten hoch Ja Ja So So, wer von euch geht es zuerst da durch? Du In Ordnung Genau, dann guck du dir das bitte mal an Und nach Der ist wohl ganz oben Brennen wir es weg Brennen wir es weg So, gehen wir nochmal schön von Deckung zu Deckung Da kommen wir, glaube ich, auch gar nicht so gut rüber Aber so viel sind's ja auch nicht mehr Der Typ da ganz oben halt Ich muss mal Geld abziehen Wenn wir dir noch irgendwas angehen, ne Hm Auch erstmal nur Geld Theoretisch Schnell, danke Schnell, danke Gerade so Das hätte doch fast geklappt Wahrscheinlich hätte es irgendjemand die gleiche gefunden Wir müssen diesen Cabron erledigen Wir müssen ihn erledigen Was brauchst du, Mann? Ich baue meine Schallgänfte Waffe Wieso kann ich die nicht standard Weil, äh, mäßig hier irgendwie Mit dabei haben Oder dauerhaft mit dabei haben Hmm Geh, scheiß Geh, scheiß Du Die Komm, brech mal die Sache ab, ich geh mir in den Schallgeimpf, der war Fohlen, dann komm ich hier doch etwas besser vorbei. Wieso ist da jetzt schon wieder was kaputt? Ja, gib Auto her. Ja, das ist hier von Vic Medi-Knight. Ähm. Ja, 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 ein bisschen abgeworfen. Es wäre schön, wenn ich irgendwie vorher oder zwischendurch mal die Waffen wechseln könnte. So, das war aber nicht so weit weg, unser HQ. Gehen wir da runter, dann einmal eine Schallgelämpfte Knarre und dann geht's weiter. Vielleicht können wir sogar ein Schallgelämpft MG holen. Das könnte eventuell auch helfen. Die haben jetzt ja alle Nitro. Da war ja was. Das ist wohl ein relativ ausführliches Nitro. Hm. Das bleibt hier halt auch einfach stehen. Macht man ja nicht. Kling-ling-ling-ling. Kling-ling-ling. So, ich glaube, hier habe ich mich aber gar nicht so großartig umgeschaut, ne? Was habt ihr denn hier so zu erzählen? Ja. Wer ist die Königin der Hacker? Das wäre wohl ich. Nein, du meinst? Ich glaube, wir haben eine neue Crew. So, wo ist dieser Printer? Da. Dann schauen wir doch mal. So, genau. Da hätte ich jetzt gerne dich in der Schallgedämpften Version. Ja. Dankeschön. So, und da. Hm. Wie viel haben wir denn? So viel fehlt gar nicht mehr, sehe ich gerade. Ja. Oder können wir es leider nicht leisten. Das ist auch, glaube ich, das Teuerste von allen. Na gut, bis auf diese Hai-Waffe. Die Militär-Dinger. Ja. Das ist halt nichts mit Schalldämpfern. Na gut, machen wir es so. So, ich hoffe mal, das, äh, bringt jetzt was.